Also ich möchte mal jemanden nochmal nennen, den ich sehr bewundern, den ich wirklich gut finde. Kai Stuth, sagt dir was, hat den Film geprägt. Kai Stuth, können 100 Ärzte lügen. Das ist ein super geiler Fotograf, der war sehr erfolgreich, Werbung, alles gemacht, wirklich Geld verdient, tolle Sachen gemacht, ein Nerd, schwierige Jugend gehabt, Krieg zu überleben.